Hallo Kinder, lasst mich euch eine kleine Geschichte erzählen. Sie handelt von einem Prinzen. Dieser Prinz hat den ehrenhaften Namen Kevin. Und er ist bestätigt. Ja, Prinz Kevin kann so einiges. Zum Beispiel malen. So meine Freunde, wir malen nun ein A aus. Doch das ist noch lange nicht alles. Schaut mal, das hier ist seine Brille. Das ist meine Brille. Tja, ich weiß, ich weiß. Und wisst ihr, wie er im Gesamten aussieht? Schaut euch mal dieses wunderbare Gesicht an. Ich würde sagen, das ist einem Prinzen auf jeden Fall würdig. Diese Aufmachung. Schaut euch diese Kanalbeschreibung an. This is so amazing. Spaß beiseite. Ich wollte euch mal den Kevin vorstellen. Beziehungsweise meine Geschichte erzählen, wie ich ihn kennengelernt habe. Und was er doch für ein cooler Kerl ist. Vor einigen Wochen hat er begonnen, bei mir unter meine Videos zu schreiben. Zu kommentieren. Und das war so mehr so Troll-Kommentare. Und ich dachte noch, guck mal da, da habe ich mir einen Troll eingefangen. Naja, ist ja nicht tragisch, ne? Und wir haben hin und her geschrieben ein bisschen. Plötzlich hatten wir uns auf Facebook und haben zusammen geschrieben, haben miteinander geschrieben. Und da haben sich wirklich tolle Sachen herausgestellt, ja? Er hat wirklich viel Wissen angesammelt, ohne Scherz jetzt, über Dinge wie zum Beispiel vermarkten, also online oder die Internetpräsenz stärken. Und da hat er mir auch einige Tipps gegeben, die ich auch umsetzen konnte. Und ja, dafür wollte ich mich einfach bei dir bedanken, Kevin. Und deswegen dieses Video. Vielen Dank für deine Tipps. Und auch vielen Dank für deinen Push. Ich glaube, auf Facebook war das. Ja, es war auf Facebook. Meine Facebook-Seite hat Likes bekommen. Ich habe Abonnenten gesammelt. Man muss sich einfach unterstützen. Und wenn man dann wirklich so viel Hilfe erhält, will ich diese Hilfe auch auf jeden Fall zurückgeben. Und das mache ich eben in Form eines Videos, das dich hoffentlich auch etwas pusht. Und Leuten eben dein Dicht zeigt und deinen Content zeigt. Hier, es gibt nochmal, es gibt hier Kevins Sprüche. Da sind noch andere Sprüche dabei, beziehungsweise Fakten. Also es ist doch recht interessant. Da kann man auf jeden Fall reinschauen. Und wenn euch das gefällt, dann schaut doch mal vorbei. Und vor allem schaut mal, wie toll er malt. Es ist so herrlich. Kinder, ich wünsche dir, ich könnte so toll malen. Ach ja, und wenn ihr kräftig beim Kevin kommentiert, ja? Kann es passieren, dass ihr auch in seinem Kommentare-Kommentier-Video vorkommt. Und dass es ja auch wiederum, guck mal hier, was es hier für Interaktionen gibt, ja? Guck mal, Daumen runter oder Daumen hoch ist ja völlig Bums. Interaktion ist Interaktion, ja? Und das hat nicht jeder, so viele, so viele Interaktionen. Schau mal die ganzen Kommentare. Also für die geringe Abonnentenanzahl ist es auf jeden Fall, geht das richtig ordentlich ab. Gönnt euch, wie alle sagen immer, ja? Gönnt euch einfach mal den Kevin. Und vielleicht verrät euch der Kevin ja, wie man seine Facebook- und oder YouTube-Kanalseite verifiziert. Ich will es, ich will es nochmal erwähnt haben, ja? Okay, gut. Also vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.